erst muss gegessen werden ist denn mit ihr schwein vielleicht ist hier ab und zu mal dunkel ja das weiß aber recht viele necks ja gut die wollen den riefen großer stein eine riesengroße steinfläche ab und entsteht was für ein vollkommen ist das verstehe ich nicht ich möchte so an dieser stelle nummer sagen ein frisches zimt vorkommen ich habe es hin gefunden nicht jetzt schon ich bin ich weiß das zu schätzen berge gefährlich super schön hier na das doch herrlich das sound ist gut wenn du hier reinkommst hier im haus ich wollte jetzt wollen jetzt feststellen dass ich guten besitzerin ich glaube da war schon wolf ich komme hier hoch ich erfriere gerade legum wo ist er gesagt bei mir ist ein auf der position so wieso wieso erfriere ich denn da ist kalt sel hat uns doch extra extra so schöne leder sachen gemacht der leder wird sich bei der kälte nicht helfen zwerg aus zwergsonnen zwerg aus zwergsonnen komm mit anhangkorn wo seid ihr na weiter im norden oder ab ab in den norden meine lieben wartet wer kommt da lippo lippo folge dir da soll ich der wolf schreist ich glaube der wolf ist nur im schneebiom unterwegs oder ja aber er ist eben auch aus dem schnee rausgelaufen um eine rede zu reißen du kriegst ihn auch der also wenn er auf dich getriggert hat dann folgt er dir auch raus wo zwerg da unten animalische leidenschaft war oh hier drüben sind die anderen so ich hab hier ein zinschleuner und großer angriff zwergsonn oh die sind die sind die haben ein wenig mehr power hier die jungs vorsicht die sind ein bisschen die bis ein bisschen stärker das erste hinter uns pass auf nicht dass du nicht dass du so viel schaden nimmst warte kurz ich brauche mein schild mal ich kann besser blocken juhu huch steine ich habe ein ein grauzwergen auge bekommen am ping ist unser bloß nur so für euch okay dankeschön ich hab hier noch eins lippo ich lass dir mal die die himbeeren jetzt übrig weil ich habe selber genug himbeeren mittlerweile einfach einstecken zwerg das ist eh unser boot und dann einfach in die kiste ne aber dann kannst du die jetzt nehmen und der gleich mal reinpfeifen ich hab 10 stück ja ich hab 36 also wischig wir sind wir jetzt gut vorfinden aber das ist ja konn gerade konn mit wem kämpfst du denn da hier mit dem zwerg mit dem zwerg zu great herrlich also hier vorne hier auf dem boden haben wir zinn das ist zinn hier? ah guck an ah zinn rrrr hu die wagen das gibt's mit der dacke ja dafür brauchst du halt ich hab das ja okay und und haben wir schon was anderes außer zinn? noch nix ne kupfer wäre schön kupfer wäre schön ja kupfer also aber das wächst das wächst ja nicht auf bäumen meine lieben nene du bekommst kupfer im dunkelwald ja wir sind im dunkelwald ja du bekommst du hier ist noch mal zinn ist alle ressourcen ich hab eid mit der seins muss glaube ich im schnee bekommst du hast schon länger gefühlt was ist das hier blaubeeren oh zwerg ich hab kisteln gefunden echt also bis zum eisen ist noch ein längerer weg ja das ist beständig das dauert auch glaube ich noch lange müssen wir endlich ein fährt der festungen bauen können die nach der feld verwittern und vor allem eine bessere struktur struktur ich kann nichts mehr aufheben ich bin voll voll ich hab noch ein bisschen aber ich würde gerne irgendwas wie kupfer oder sowas mitnehmen was ich hab ein paar zirn stein für dich gott auf zusehen ich werde gerade verfolgt ich würde ein grau zwerg sicherlich als hellschwarz zwerg bezeichnen ja absolut wo seid ihr dann seid ihr da oben ich habe zwei weiten weg aber ich komme ich eile wie verbreitet sind wölfe so generell in der schneewelt aber immer überall oder schnee so ziemlich wie die zwerg du musst da hoch zur unterstützung ich versuche gerade was zu looten aber ich schaue mal gerade dass sie in die richtung kommen wo ist es hell du hast gesagt die skelette sind bei dir na ich glaube ich habe die taue und ich habe vor allem gerade ein problem mit den great wachs vorsicht lebo vorsicht 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 ja genau was war das das waren skelette gerade gotts dank danke kommt kommt es waren ein paar zu viel aber fahrt sie auch nicht haben halt ordentlich auf die hat sie brauchst du irgendwas bären oder pilze ich habe ich genug das dauert jetzt eine zeit für sich wieder regeneriert okay als klein ja manchmal ist es nicht sehr einfach wenn es plötzlich zu schnell wird zu schnell zu viel wird ja immer mehr wurden da ist es da waren es nur zwei da habe ich mir gedacht okay das passt und vielleicht kommen von ganz unten immer mehr dazu oben steht auch noch einer ich habe einen pfeil in meinem wert von popopo kommt dann nicht hoch oder kommt man hoch danke man muss nur etwas zeitlich gehen ja ich glaube auch wenn es zu leicht zeitlich geht es doch nicht der stein ist da ja ich sehe es schon ich bin halt keine guten baumeister deswegen haben wir auch nichts für ein essen gefunden und sind verhungert und was gibt es hier jetzt hier gibt es nur eine kiste aber wichtig sind eher die skelette ich weiß nicht wir sollten uns glaube ich irgendwo ein unterschlupf suchen wo man fahren kann überflachen oder eben ein baum oder ein baum sonst wird es könnten hier auch einfach hochklettern wir können auch einfach weitergehen und ich kann hier eine werkbank reinbauen dann können wir hier was was ich ein feuerchen rein machen bis sie was zu machen und dann wollen wir auch bauen wir ja bauen wir hier einfach ein bisschen was auf der kleine außenposten hat jemand noch holz für mich ja warte ich weiß nicht ob ich es runter werfen kann ja genau zwischen ebene hatte zwerg wirst du da wozu dran ja so auch feuer ist am start türe ist drin ich bin nicht da kommt was stein strukturen werden irrsinnig schwierig werden zum bahn das ist immer nachher ziegel für ziegel von ziegel für ziegel zwerg bei dir können ja wenn ich den harmer nimmst könnte es nicht die rein der nicht geschaut haben wir müssen irgendwie auch noch eine tür reinbauen oder sowas sag mal die treppe ist ja auch total da wir müssen ja die au dass euch eins fa die treppe ist nach oben ist echt katastrophe ich habe es jetzt mal kurz abgerissen damit ich sie neu bauen kann es geht es geht auch nicht wer sich bewegt hat verloren ja ich bin oben auf dem machen bogen ich bin und ich bin mit stufe da kommen halt noch zwei die mit dem goldenen stehen sind ich bin ja wenn ich an der rückseite auch einer wäre ich habe halt null ausdauer ja ich bin an der rückseite gehangen weil ich diese eine stufe nicht hoch kam okay ist einer weniger im balkon gerade unten der er war der ja ich bin okay wurde auch gerade schon wieder ich würde sagen wir gehen einfach rein oder ja einfach rein da haben wir keine chance mehr rein und rauf würde ich sagen ich muss erst reinkommen ich habe keine hausdauer um zu springen ja danke ich stehe noch draußen vor der tür mal die tür zu jetzt kommt rein schnell das ist nicht mal vielleicht nicht auf höhe des feuers alle nebeneinander ich habe mich gerade voll ans feuer gestört ja ich habe auch gerade einen kleinen burn-out so bauen die tür ein ja deswegen sollte man rauf gehen na toll jetzt fängt es an zu regnen aber ich komme ja nicht rauf na doch ein bisschen mehr springen und ja muss ich halt wegen durch 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 glitschen quasi die springen fußball au wo ist denn der große ich wurde hält aber wenn unsere unsere base so angegriffen würde dann wäre schon auch anstrengend das mit den bürgen funktioniert schon ganz gut wer machten da so unglaublich viel schaden die dann hat wir schon feuer stoppfeile ich habe so ein paar ich habe 55 feuer feide 47 holz feide und 48 feuer stein ich habe mein hunderte noch nicht mal angefangen mit den feuerpfeilen ich habe fast 300 und ich habe 27 und ich habe 27 pfeile ich gehe mal schnell nach unten geduldiges lipo die station braucht ein dach doch nicht hallo ich bin alleine ich habe jetzt 83 vielleicht hat sel die anderen 100 eingesammelt dann hat sie partie woanders hingeworfen nein sind sie nicht also runtergefallen fast zwei tage halten die sachen ohne schutz und im radius einer werkbank ist soweit mir bekannt kompletter despawnschutz von sachen die du hinschmeißt aber vielleicht sind sie runtergefangen wiggi grüß dich hi ja hallöchen außer sie sind im wasser gelandet es sieht mega gut aus wir sind gerade hier irgendwo nirgendwo haben das hier befestigt ich habe 20 holz und versuchen einfach gerade durchzuhalten bis die nacht durch ist und versuchen einfach gerade durchzuhalten bis die nacht durch ist verlasse uns nicht ich war hier wir hatten ein schild mit zwerg war hier keine ahnung wer das war ich habe keine ahnung schild war schon da station braucht ein dach ja wir haben das nicht richtig zugebaut weil wir quasi notdürftig nur das so ein bisschen gemacht haben ach weil die decke im eimer ist deswegen regnet hier unten rein ach ok alles klar warte mal ich mach mal ganz kurz hier ein paar sachen weg zwerg reist unsere station ein wo doch kommen ja ich habe es noch ein paar mehr verdammt keine ausdauern hast du noch ein bisschen holz äh ja aber unsere werkbank funktioniert jetzt oh super wofür brauchst du holz äh ich habe oben noch was abgerissen weil es durchgeregnet hat und das feuer jedes mal kaputt gegangen ist ich hoffe ihr seid drin ausja da oben für die decke ja ja na schon ok danke ja da irgendwo regnet es hier trotzdem noch rein das ist total unangenehm also um der base sind ungefähr sechs feinde na gut na gut dann auf auf die zillen ach du steck gesund super ich treffe den da unten nicht noch ne den da unten ist schwierig zu treffen ach genau bester schütze eu west so da liegen ja milliarden fackeln da draußen was ist da los das sind die feuerpfeile ach so ja ich dachte irgendjemand von euch war so in fackellaune also mittlerweile haben wir jetzt gleich eine richtig schöne base hier ne aber dann haben wir hier auch ein schönes plätzchen um unsere sachen zu reparieren weil eine werkstatt haben wir dann ja gleich da wir müssen wir wird es auf der map irgendwie eingezeichnet ne oder nein musst du dich selber machen ja ach so stimmt ja wie kann ich denn das lagerfeuer entzünden wie kann ich denn das lagerfeuer entzünden ich habe es kaputt gemacht ich habe es kaputt gemacht äh außen außen so aber ihr seht meine markierung nicht oder ne ne das sieht jeder aus der eigenen ah ok um hier kochen zu können musst du erst eine kochflation drauf bauen ne die habe ich gerade kaputt gemacht als ich das feuer antun wollte aber das feuer ist hier echt aus kein sauerstoff ach so was ja kein kurzes wunder ist hm geht es zu uns wieder an wenn die tür offen ist ich glaube nicht so dann lasst uns reisen und irgendwie schreit das kind hm das ist meiner er ist nicht ganz glücklich über seine lage habe ich das gefühl oder freut sich ne der wartet auf sein essen also ist er nicht glücklich über seine aktuelle lage kenn ich das geht mir ja ehrlich wenn ich hunger habe habe ich dasselbe problem das kennen wir alle ja vor allem wenn wieder irgendwas mit pudding ist ja ich hätte noch ich hätte noch welche ich hätte noch welche was alter schwele im paren ziehen also ich könnte ich könnte mir noch eine mousse schokolade holen ich bin jetzt also das geht es geht so nicht weiter mit euch ja aber nougat knödel wäre noch baum fällt hast du ein glückler vor wieso weil er am stein hängen geblieben ist und wäre er voll auf dich drauf gedonnert ne ne das war können ich habe ihn so gefühlt dass er hinter den steinen fällt was ist denn dieses komische verfluchte ding was da mitten im wald steht aber da stein hängt das was komisch komm her, du dämlich abzwerg komm her, du dämlich abzwerg was ich stein hängt das was zu violett okay war halt schon ein bisschen schockiert grad ja, jetzt bin ich abzwerg ich bin bei den sieben zwergen ich bin bei den sieben zwergen das ist sowas wie die minecraft ja ich bin in den bergen und in den sieben zwergen ja, die sind bei den sieben zwergen ich erfriere bringt den wittschirm er sollte scheiß auf zu erfrieren in den bergen ist es kalt natürlich in so einem scheiß einfallen müssen